Guten Morgen meine Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Video. Wie ihr seht noch völlig ungesseit, ungeschminkt oder sonstiges. Das hat damit zu tun, dass heute Shooting Tag ansteht. Seit langem mal wieder ein Fotoshooting und ich freue mich schon riesig darauf, weil wir uns ein bisschen was einfallen lassen haben. Mal ein bisschen wieder ein anderer Style. Also ihr wisst ja, es gibt von uns keine überspektakulären Bilder, weil ja Ruby weder Zirkuslektionen macht noch, dass ich am Halsring irgendwo lang reiten kann. Deshalb versuchen wir natürlich auf andere Art ein bisschen die Bilder interessanter zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig. Ihr seht, es ist schon relativ früh. Das hat aber eigentlich nichts mit dem Shooting zu tun, weil das ist erst heute frühen Nachmittag. Ich bin einfach nur früh wach. Und ich nehme euch heute auf jeden Fall ein bisschen mit, aber hinter die Kulissen quasi ein Blick, ja ein Making-of sozusagen. Ihr seht, ich bin noch nicht ganz wach. Ein Making-of. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich muss mich jetzt trotzdem wenigstens ein bisschen noch mal vorbereiten. Und auch, weil ich mich nicht schminke und nicht die Haare mache, weil ich das nämlich heute gemacht bekommen. Wer liebt das nicht? Einmal sich stylen zu lassen. Ja, ihr könnt gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und ich hoffe, dass Ruby sich benimmt, dass wir halbwegs gute Bilder hinbekommen. Und ich wünsche euch jetzt an der Stelle schon mal viel Spaß mit dem Video. So, wie ihr jetzt seht, bekomme ich gerade die Haare gemacht von der liebe Franzi. Die sieht man jetzt gerade nicht. Da. Und die Sylvia ist auch schon da. Das ist nämlich das Fototeam heute für Ruby und mich. Und ja, ihr seht, ich bekomme ein paar Locken. Ein paar. Ein paar viele. Und dann gibt es gleich noch ein bisschen Schminke ins Gesicht, damit ich mal wieder aussehe wie unter den Lebenden. Und ja, ich bin gespannt, wie ich dann gleich irgendwann aussehen werde. Ah, Spray! Wo ist die Krassie? Ah, die Krassie! Gesicht ist fertig. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Und ja, ich ziehe mich jetzt erst mal um. Ich bin gespannt, wie ich aussehe. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018